Ich bin, ähm, ich wäre sehr gerne mit, ähm, Gnuma Imposter, ne? Mit Gnu war ich nämlich noch nie Imposter. Ja, für dich. Wie er einer fest Crunchy an. Was ist das? Falsch abgebogen. Gnu, Gnu, Lenny, Tim Horus und die Eule. Die Eule, Camps, Gnu, Gnu Navigation. Gnu und Tim Navigation. Lenny, Gnu, Tim, Lenny, Navigation. Gnu, 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 Gnu. Gnu, 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 Gnu. Am Admin Table. Jeff fixed instant. Lesk bar so Karsten. Arzival. Den anderen habe ich nicht gesehen. Die Eule. Abonn線. Abonniert. 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 war es gerade eine ingenieur fix komisch hallo 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 ich bin mal aus mit dir diesmal kasten kasten würde gefressen aber jemand mal kann ich als das muss jemand gewesen sein der so fünf sekunden neben der stand oder so um nicht dann war han sheriff han war sheriff der gerade auf mich geschossen ich verstehe es geht jetzt nicht um dich es geht jetzt um crunchy muss jetzt betreiben wir müssen herausfinden wer neben dir stand lange also lenny hat mich die ganze verfolgt ich dachte du bist genug die ganze zeit und dann habe ich nur jetzt am ende noch mal ein medbel gesehen sprich weiß dass du nicht das ist nicht wahr die runde ging eine halbe stunde bevor ihr macht ihr macht ihr macht ihr macht ihr macht ihr macht einen fehler einfach zu nice gessen anstatt zu machen ich gess ihn mal ja ich habe ihn gegessen ja kein scheiß also kasten kasten wird gefressen und han hat sich gerade als sheriff an mir erschossen weil er es neben mir geplatzt und da wir mit und evil guesser die neuen sachen was meinst du die die neuen skins mit der other roles version wenn du mehr dafür darüber erfahren willst ausrufezeichen aber in den chat wahrscheinlich haben wir ein ebay gestern drinnen ja ich vermute es könnte genug sein weil sie so nachgefragt hat wer war das wer war das und sie hat es vielleicht nicht richtig mitbekommen oder so könnte sein könnte oder der andere post hat es nicht richtig mitkommen oh nein hallo 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 ja ähm es ist jetzt schwierig ähm wer sagt seinen eltern scheiße du was gefunden also ich hab was gefunden und ähm es ist gerade gefallen als ich reingekommen bin und es ist gerade was gewendet und der kleine lesky schwitzt glaube ich gerade ganz arg oder ja ich würde ich würde schwitzen wenn ich nicht gerade meine reagenz gläser in mette abholen würde ähm ich bin außerdem nicht in der lage zu wenden du wirst meine rolle nicht mehr schütze ich tatsächlich eher weniger gerade ja da war ich zu langsam jetzt ne ich bin mir relativ da war ich zu langsam schlag dich nicht einfach sehen ja ich habe jetzt einfach zwei brote ich habe einen test mit knu gemacht knu kann auf jeden fall nicht wenden ich wollte schon immer mal wenden ja also das hat ganz dreist brechstange genommen den vent angehoben ist reingekriege cringe girl vielen dank für den follow ne dankeschön sehr freundlich kann ich in medbay und bei dir im vent ja genau das sind die mod wo ist medbay was ist in medbay du bist wer sanalena ne guck dir einmal dieses video hier an ne was jetzt unten im chat ist ja pass auf crunchy crunchy und ich sind beide in medbay ich stehe auf dem scanner sie stehen an der tast rechts wirklich ja tja vielleicht und jetzt wo bist du jetzt ja ja jetzt kann ich nur hoffen dass ich auf ein paar rollen komme ja na gut dann wollte ich jetzt jemanden also ich weiß dass du stehen geblieben bist du das heißt du hast mich wahrscheinlich nicht direkt gesehen sondern wahrscheinlich irgendwas was mich was mich überführt wird ne ich hab dich schon gesehen ich hab nur angst gehabt dass du dass da vielleicht noch dein imposter homie steht es war ja dunkel es war nicht dunkel oder was du bist der war ja Lenny der ist ja schon weg Lenny ist ja schon weg wie bist du detective bei linda hab ich keine ahnung Crunchy hab ich keine ahnung ich bin nicht, dass das ist jetzt nochmal J 24 Nein 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 Fuck fuck noises oh je Oiste trecker sowas j oder you bending F ohl ich wollte ich die schon wieder in der erste runde irgendwie mit Leidenschaft ziehen Bis zum nächsten Mal.